Habe die Ehre, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Dark Souls Remastered Platinum Workflow New Game Plus. Wir haben noch das Bed of Chaos vor uns. Habe ich überhaupt keinen Bock darauf, ein zweites Mal, aber es bleibt leider uns nicht erspart. Das heißt, wir reisen jetzt zur Tochter des Chaos. Und schlagen uns durch die Dämonenruinen durch. Wir können das Ganze im Schnellverfahren erledigen. Wir können den Fire-Sage-Demon überspringen. Wir können den Tausendfüßler überspringen. Das Einzige, was wir machen müssen dafür, ist eigentlich wieder 30 Menschlichkeit opfern. So, wir gehen jetzt nochmal in ein Diener des Chaos. So, normalerweise bin ich jetzt nicht mehr Rang plus 1. Schauen wir mal. Ja, ich habe mehr als genug Menschlichkeit. Bevor ich die jetzt aber sinnlos ausgebe, schaue ich mal. So, ich bin normaler Diener des Chaos, genau. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das ins NG Plus mit übernommen wurde. Nichtsdestotrotz schaue ich aber jetzt erst einmal nach. Ob der Shortcut-Weg frei ist oder nicht. Es wird jetzt quasi einmal, könnte jetzt sein, dass ich einmal komplett umsonst runterlaufe. Aber da bin ich mir jetzt selbst nicht sicher, ob ich die Wand, das heißt, Shortcut ist es ja eigentlich erst später, aber ob ich die Wand auch so wegschieben kann, wenn ich jetzt keine 30 Menschlichkeit opfer, das musste man ja machen, ob die Tatsache ins NG Plus mit übernommen wurde oder nicht. Chaos-Glut hier hinten bei den Taurus-Dämonen holen wir uns natürlich auch nicht mehr. Chaos-Waffe ist fertig. Oh, da fällt mir ein, apropos Chaos-Waffe. Da habe ich noch im ersten Run gelabert. Ja, Chaos-Zweihänder, da ist Gewinn verdammt anfällig. Hat ihn gar nicht benutzt. Kann man machen. Oh, 2-4, das ist gut. Invasiert werde ich natürlich jetzt auch nicht von Kirk, weil ich nicht menschlich bin. Nein, aber geschenkt. Alter, ist das stark! Ja, das könnten jetzt 5 Sinnbefreite Minuten werden. Wie so häufig, na? Die Seelen nehme ich aber mit, na? Die sind... Es sind die etwas Besseren. Auch 2-4, nein, das ist nicht schlecht. So, seht ihr nur ein Sack hin? Halt, andere Säule. Hier. Nein, immerhin Ritter. Kein verlorener Untoter, den brauchen wir nicht mehr. So, da sind die Sonnenlichtwahlen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt ins Enkelplass mit übernommen wurde, die Tatsache, dass wir schon mal Rang 2 waren. Oder ob das einfach alles für die Tonne jetzt ist. Es wurde übernommen. Alles klar, Leute. Wir waren dadurch, dass wir schon mal Rang 2 waren, wurde es mit ins Enkelplass übernommen. Das ist fantastisch. Okay, da liegt die Sonnenlichtmarte. Die sagt mir ein. Wegen Solaire. Achso, die Solaire-Quest kann ich jetzt gar nicht weiterführen. Ich komme ja gar nicht zum Tausendfüßler. Ja, wohin. Dann halt nicht. Ja, ist ja eh nicht wichtig für die Platin. Na, okay. Ich habe mich zwar jetzt nicht ans Leuchtfall gesetzt, ja, das ist nicht ungefährlich. Das ist nicht gerade ungefährlich. Blitzdings kommt auch von hinten. Na, in dem Fall hat er es sein lassen. Ja, das ist klar. Macht jetzt aber nichts. Sigi ist natürlich auch nicht da. Die Wurzel. Vorsicht. Oh gut, wir haben ja alles übersprungen und sind schon beim Bed of Chaos, ne? Yeah, Baby. Also ja, dann haben wir schon Eiserlitzbeschleuniger. Ja, gut. Also keine 30 Menschlichkeiten mehr opfern. Es sei denn, ihr wollt nochmal das Ding haben, ne? Weiß gar nicht, ob man den ein zweites Mal bekommt, diesen Chaos-Sturm oder wie das heißt. Ich hasse dieses Schlechtester Boss ever. Passend zum schlechtesten Gebiet ever. So, raus hier nochmal. Jetzt habe ich aber sehr wenig Pfeile. Jetzt muss ich, jetzt muss ich, jetzt muss ich treffen. Ja, an der Säule orientieren. Äh, dann wird's schon schief gehen. Komm, geh rein. Doll. So, wo gehen? Ah, haben wir ja 119. Was glaube ich denn? Auf jeden Fall ist genug Pfeile. Bei mir am Tisch ist schon wieder Chaos. Pur Kaffee, Zigaretten, Aschenbecher. Ja, ich qualm in der Bude. Habt's wahrscheinlich eh schon mitbekommen. Ist mir wurscht. Ich bin ja Maler von Beruf. Wenn's wirklich ist, dann streich ich meine Bude wieder. So, okay. Da die Säule. Und mal die Äste erstmal hier ein bisschen wegzwiebeln. Komm ich da vorbei? Ne, da muss ich noch weiter rüber. So. Der dicke Ast ist, das Problem ist nämlich der dicke Ast. Okay, passt. Na, orientiert euch an der Lichtsäule. Da müsst ihr hin. Und dann an diesen dicken Ast vorbeiballern. Na, Hauptsache das blöde Bad of Chaos ist weg. Der Rest ist mir sowas von wurscht, Leute. So. So, und bitte nicht wieder die Feuersäule aus dem Boden. Verschau mich bitte diesmal damit. Ja, genau die meine ich. Wie kann man nur so einen schlechten Boss machen? So, Wischiwaschi warten. Jawohl. Nein. Nein. Es hat geklappt. Ihr müsst auch aufpassen, wenn ihr hochlauft. Äh, hochlauft. Diesen, diesen letzten Ast. Zum Herzen mehr oder weniger. Da kommt auch nochmal mit der Hand der Wischiwaschi. Das ist nicht ungefährlich. So. Das Schlimmste haben wir, Leute. Das Allerschlimmste haben wir. Ich bin zufrieden. Wir sind jetzt eigentlich schon. Ja, wir sind jetzt eigentlich durch. Wir können zu gewinnen. Wir machen jetzt aber auf jeden Fall noch. Ähm, die Bosswaffe. Nicht wahr? Aber ich kann es nicht. Das weiß ich nicht alles auswendig. Deshalb werde ich da eine Website benutzen. Na, also das ist ein bisschen nervig. Bei, 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 bei Ding war es ein. Bei Giga.de War das eigentlich sehr gut. Warte mal. Waffentrofäe. So. Giga.de Fundorte aller seltener Waffen. Ja, genau. Das ist eigentlich so das Beste, was ich gefunden habe. Werde ich dann unten in der Videobeschreibung verlinken. Äh, im letzten Part. Na, wenn wir dann die Platin holen. Da ist eine alles schöne Liste. So. Wir brauchen. Also, jetzt gehen wir erst einmal. Die Liste durch, was ich alles benötige. Ein Krummschwert brauche ich. Plus 10, das haben wir. Haben wir ein Krummschwert. Warte mal. Das war ja da gar nicht, oder? Da hier. Gerade ist es schwer. Hier Krummschwert. Der fällt schon. Krummschwert. Ja, wir haben einen Krummsäbel. Das passt. Einen Katana haben wir. Eine Axt haben wir wahrscheinlich auch. Ja, eine Axt haben wir. Faustwaffe haben wir gekauft. Und zwar der Zestus. Den müssen wir auf jeden Fall auch haben. Ja, das ist eine. Genau. Waffentyp Stulpen. Ja, genau. Passt. Waffentyp Stulpen. Degen oder Speer haben wir. Haben wir oder Keule haben wir. Helle Barde, Sense haben wir. Beschleuniger haben wir. Bogen haben wir. Zwei Schilde haben wir. Zerbrochenes Schwert haben wir. Noch ein Degen oder Speer haben wir. Noch ein Schild haben wir. Und ein normales Schwert haben wir. Alles klar. Das brauchen wir alles. Das wird jetzt ein bisschen ein Chaos. Wir brauchen aber allerdings einen Haufen kleine Scherben. Und zwar muss ich mal kurz rechnen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn mal neun. Fünfzehn mal neun. Das sind 90 und 45 sind 135. Die können wir eh nicht alle mitschleppen. 135. Alles klar. 135 kleine Scherben. Dann kaufen wir erstmal die 99. Das ist das Doofe. An der Waffentrophäe. Aber dann brauchen wir uns zumindest im NG Plus 2 nicht mehr die große Glut holen. Sparen wir uns einen Ziegendämon. Da müssen wir uns erstmal hergeben. Genau. Gegenstand kaufen. Wir brauchen. Ja, ja. Das wird teuer. Jetzt haben wir erstmal 99. Das heißt, ich brauche nur 36. Die packen wir jetzt mal in die bodenlose Kiste. Dann können wir darauf wieder zurückgreifen. So, 36 Stück. Und die restlichen kaufen wir uns. Das ist eine teure Angelegenheit. Das ist eine teure Angelegenheit. Das ist eine teure Angelegenheit. Also, deswegen bevorzuge ich die Bosswaffen, wenn man sie nicht spielen will natürlich, im NG Plus, weil da nervt das nur halb so stark. Weil man nicht so viel Seelen formen muss, gell? So, jetzt müssen wir die Waffen erstmal auf Plus 10, erstmal auf Plus 5 und dann auf Plus 10. Also, Waffe verstärken. Also, wir fangen jetzt einfach mal mit Quilax-Furien-Schwert an. Das ist ein, brauchen wir ein Krumm-Schwert. So, gerades Schwert. Da steht es rechts Typ, ne? Unter Typ. Da, hier Krummsäbel. Den nehmen wir. Das Schöne ist, es werden auch automatisch die Scherben aus der bodenlose Kiste, benutzt. Das ist ja der Vorteil. Deswegen habe ich es jetzt da in die Kiste gepackt. Da muss man nicht tausendmal rumreißen. So, dann brauchen wir ein Katana. Komm, Schwert. Komm, Säbel. Katana. Ja, Eito. Genau. Das nehmen wir. Das wird dann die Chaos-Klinge werden. Okay. Als nächstes brauchen wir eine Axt. Da nehmen wir einfach unsere Hand-Axt. Hier, Typ, rechte Spalte-Axt. Das wird die Golem-Axt werden. Gut. Als nächstes die Faust-Waffe. Es wird später die Drachen-Knochen-Faust. Ist jetzt ein bisschen ein Chaos, ne? Aber das jetzt nochmal alles zu sortieren. Ich meine, ich verlinke es euch eh unten in der Videobeschreibung, wo wirklich jede einzelne Waffe drin steht. Auch die von den Drachenschweif's, die ihr farmen müsst, die ihr einsammeln müsst. Das ist bei Giga.de, meiner Meinung nach, die beste Seite. Also es ist richtig gut. So. Drachentöterspeer. Degen oder Speer. Da können wir jetzt gleich mal hier die Partisane nehmen. Die braucht auch sonst keiner. So. Dann das nächste. Smogs Hammer. Hammer oder Keule. Da können wir jetzt hier gleich die Morgenstern benutzen. Typ Hammer. Passt. Dann als nächstes. Lebensjagd Sense. Sense oder Hellebarde? Ja, wenn man es findet, ne? Hm, hm, hm. Ah, hm, hm, hm. Das zählt aus Speer. Da, hier Hellebarde. Nehmen wir das. Standard. Alles klar. Dann. Ja, okay, Beschleuniger ist klar. Den kann man nicht aufwerten. Finstermundbogen. Nehmen wir den Kurzbogen. Irgendein Bogen, ne? Das ist lästig. Dann brauchen wir Großschild von Artorias. Ein Plus Zehner Schild. Da können wir einfach hier, ob das ein kleines Schild ist oder ein normales Schild ist, es ist relativ wurscht. Nehmen wir das große Lederschild. Das ist Gott sei Dank egal. Hauptsache Schild. Dann brauchen wir Großschwert des Artorias. Schwert plus Zehn. Da können wir jetzt irgendein Kurzschwert oder Langschwert oder irgend sowas nehmen, ne? Weiß ich nicht, ob das... Ja. Ja. Keine Ahnung, ob das Stachelschwert überhaupt... Nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Muss ich jetzt wirklich noch ein Schwert kaufen, ne? Tatsächlich. Ich muss tatsächlich ein Schwert kaufen. Das ist mir auch noch nie passiert. Da kaufen wir einfach ein Langschwert. Das ist wurscht. So gerades Schwert. Kaufen wir ein Langschwert. Ihr könnt da auch ein Kurzschwert benutzen oder irgendwas anderes. Das ist wurscht. Aber ich will jetzt nicht das Stachelschwert riskieren, weil ich es nicht auswendig weiß, ob das wichtig ist. Für die seltene Waffen, ne? So, als nächstes... Finstertöter. Zerbrochenes Schwert. Schwertgriff geht übrigens auch. So, hier steht jetzt zum Beispiel in der Liste nichts von der Peitsche. Die kann man aber irgendwas benutzen, aber ist wurscht. Es gibt ja immer eine Alternative, ne? Mondlicht, Schmetterlingshorn, Degen oder Speer. Alles klar. Der Kettenbrecher müsste Degen sein, gell? Ne, ne, Stoßschwert. Ja genau, Stoßschwert. Nehmen wir ein Rapier. Passt. Dann brauchen wir das Kristallringschild, also nochmal ein Schild. Dann nehmen wir einfach das Schild rot-weiß, das funktioniert. Gut, und als letztes nochmal ein normales Schwert. Schwert plus 10, Seele von Gwyn, das Schwert des großen Fürsten. Aus Sicherheitsgründen kaufen wir einfach nochmal eins. Okay, irgendwie habe ich mich verzählt, weil jetzt welche übrig geblieben sind. Achso, ja, stimmt. Klar, es sind neun übrig geblieben, weil ich den Beschleuniger mit hinzugezählt habe. Ist klar. Der Beschleuniger, der ist ja nicht zum Aufwerten. Okay, ähm, ich könnte jetzt zwar schon was umwandeln, aber ich habe zu wenig Scherben, Leute. Die muss ich sowieso kaufen. Ja, wir wandeln jetzt einfach mal alles auf plus 6 um. Die müssen alle auf plus 10. So, dann sind wir wenigstens, dann müssen wir wenigstens nimmer zurückteleportieren später, ne? Machen wir mal, was wir machen können. Zerbrochen. Ja, es reicht niemals. Ist nicht eure Angelegenheit. Ich weiß, Leute. Also, dann, komm, Säbel. Jetzt sind wir eh schon draußen. Jetzt reicht es eh schon nimmer. Alles klar. Jetzt hilft es nix. Ich mache schon so 120.000 Seelen weg. Ja, Leute. Jetzt müssen wir zum Schmied nach Anor. Und große Scherben kaufen. Es hilft nix. Es hilft leider nix. Du. Es bleibt uns leider nun mal nicht erspart. Wie gesagt, die Seelen, die überhaupt reichen. Wahrscheinlich eh nicht. Wie gesagt, wir machen die Bosswaffen sowieso erst im NG plus 2, weil wir die Seele von Sif ohnehin dreimal brauchen. Also ist es eh völlig wurscht. Ah ja, es sind ja andere Gegner am Start. Genau. Aber die geben gut Seelen. Das war in der ungepatchten Vanilla-Version, konnte man die ewig farmen. 30.000 immerhin. Das war, es ist leider Gottes irgendwann rausgepatcht worden. Sind jetzt nur noch einmalige Gegner. Das war nämlich einer der beliebtesten Seelen-Farm-Spots. Da gab es nämlich im ersten NG 5000 Seelen pro Gegner. Also du hast jedes Mal 10.000 auf die Schnelle abgreifen können. Wurde aber dann gepatcht. Leider. Na ja, was hilft's. So, äh, Waffe verstärken. Wie weit sind wir denn überhaupt noch mit den großen Scherben dran? Jetzt müssen wir erst einmal gucken. Also, äh, Handachst. Brauche ich eine. Ich mache zuerst einmal die Handachst fertig, weil da muss ich ein bisschen hochrechnen. Muss dann ein bisschen hochrechnen. Da ich auch nicht zu viel kaufe, ne. Lieber zu wenig. So, Handachst 10. 3. Und Schluss brauchst du 3. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn hier? 1. Plus 7, 1. Plus 8, 2, 3. Und 2, 5. Und 3, 8 Stück brauche ich. Wahrscheinlich. Pro Ding, also pro Waffe brauche ich jetzt 8 Stück. Hey, teurer, teuer, teuer, teuer. So, ich muss schauen, ob ich richtig liege. Wo haben wir denn die Plus 7er da? Also. Ja, genau. Jetzt brauche ich 8 Stück. Es heißt 8, 16, 24, 32, 40, 48, 48 brauche ich noch. Die kann ich mir sowieso nicht kaufen. 20, nicht aber die Hälfte. Halter, das ist so teuer. Hast du kein Schoß? Da kommst du denn niemals hin, Alter. Witz. Da gehen zu viele Seelen drauf. Mal schauen, aber eine Feuerhüterin will ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht killen. Obwohl die eigentlich... Obwohl, doch. Die ist jetzt da. Da ist die Feuerhüterin, Leute. Okay. Okay. Das ist die Feuerhüterin, ne? Schau mal. 3.000. Das ist ein Witz. Das kannst du knicken, Leute. Da fehlt noch einiges an Seelen. Die Frage ist jetzt allerdings, wollt ihr euch das mit mir gemeinsam antun? Diese Seelen-Gefahrme? Wahrscheinlich, ne? Aber dann ist es wieder so abgeschnitten, der Part. Das ist auch behindert, ne? Leute, ich mach das jetzt einfach. Ihr habt ja die Möglichkeit, das zu überspringen, ne? Es zwingt euch ja niemand, euch das anzuschauen. Das heißt, wir gehen jetzt trotzdem zu diversen Bossen. Wir haben ja zwei, fahren wir ja spontan ein, gell? Sagt, eure Entscheidung. Ich mach jetzt optional noch den Demon Fire Sage, also Feuerdämon und Tausendfüßler. Wegen der Seelen, ne? Naja, was soll's? Na, das ist gelaufen, ne? Obwohl, jetzt warte mal. Ne, einen Scheiß mach ich, Leute. Wichtig war ja nur, dass die Waffen umgewandelt wurden auf Plus 6. Dass ich mir die große Glut nicht holen muss. Blödsinn. Ich bin ja nicht darauf angewiesen. Hauptsache, die Waffen sind schon mal auf Plus 6 umgewandelt. Dann brauchen wir im NG Plus 2 den Ziegen-Dämon nicht mehr killen. Brauchen uns die große Glut nicht mehr holen. Alles andere kann man dann eben weiter aufleveln. Das lassen wir. Deshalb, ne? Blödsinn. Ich brauch die Bosse nicht. Äh, wir gehen zu Quinn, Leute. Wir beenden hoffentlich dieses NG. So, Herrschergefäße Seelen darbieten. Es ist so viel wie ein auf 20 Flakons entfachtes Leuchtfeuer, ne? So leer ist sowieso nicht da. Ich hab die Quest jetzt nicht weiter verfolgt. Bei dem ersten Schwarzer Ritter will ich aber erst nochmal gucken, wie viele Seelen der geben würde. Okay, das sind bestimmt 3.000, 4.000. Einfach nochmal zum Testen. 4.000, ja, super. Nicht wenig. So, aber der Rest wird ja einfach jetzt ignoriert. Oh, wie nett, der lässt mich vorbei. Okay. 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 So, nächster. Da wäre normalerweise das Rufsymbol von Solaire. Wenn man seine Quest bis hierhin weitermacht, haben wir nicht. Und menschlich bin ich sowieso nicht, also von daher, manchmal klappt es manchmal nicht. Ich verstehe die Welt manchmal echt nicht. Oh, Vorsicht Andi, mach hier nicht hier. Immer mit der Ruhe. Ihr könnt ja vorbeilaufen, aber nein. Nein. What the fuck? So, Ruhe hier auf der Baustelle. So, Leute, ihr wisst, was jetzt kommt. Gewinn. Ihr wisst, dass ich nicht kann. Oh, nein. Das war's. Ich und Quinn ist kein schwerer Wasser, aber ich kann einfach nicht. Man kann nicht alles können, gell, Leute? Jetzt warte mal. Ich versuch's jetzt wirklich mal mit dem Chaos 200. Und zwar so hier beidhändig. Wie war jetzt das wieder? Das müsste doch eigentlich so gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist R2. Gab's da nicht noch? Ich weiß es ehrlich gesagt nimmer. Weh wurscht. Ja, jetzt sieht's schon ordentlich an der Lebenssinnige. Normalerweise hab ich hier schon um die 40 Vitalität. Jetzt hab ich keine 30. Oder hab nur 30, irgendwie so. Naja, gut, das ist jetzt auch keine Ausrede. Wenn man's nicht kann, kann man's halt nicht, gell. Chaos 200 bringt mir wahrscheinlich jetzt aber auch nix, weil der skaliert, glaub ich, mit Menschlichkeit, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwie so. Naja, schlecht ist er nicht. Naja, ist nicht schlecht. Naja, das ist, ich weiß es auch nicht. Machen wir wieder die Hebel-Tank, hä? Machen wir wieder Hebel-Tank-Taktik. Naja, das ist, ich weiß es nicht. Acker ist er auch auf. Okay. Wow, das war knapp. Ich habe zwei oder dreimal pariert, oder? Ich bin doch nur halb so scheiße, wie ich gedacht habe. Jetzt ist dieser Arschlag natürlich da draußen auch wieder da, oder? Oder verschwindet der? Nee, der verschwindet. Cool. Ja, Leute. Mei, wir haben einen. Wie? Seid ihr jetzt mal wieder hingestellt? So, wir brauchen das zweite Ende, das heißt raus hier. Der finstere Fürst. Ja, das passt zu mir. Okay, liebe Leute. Damit verabscheue, verabschiede ich mich aus dem NG+. Ja, nehmen wir gleich noch den Schlüssel mit, das wurscht, das nervt dann. Wir machen dann weiter im NG+. Das Ganze müssen wir verfolgen bis, ja eigentlich nur bis Siff. Eigentlich. Es wird jetzt ein klein wenig länger dauern. Ich muss nach Anor Londo zum Schmied. Okay, nicht mit Blödsinn, wir müssen nach Anor Londo zum Schmied, genau. Weil, äh, wir müssen ja die Bosswaffen herstellen und das geht im NG+. Erst sowieso vollständig im NG+. Weil wir die Seele von Siff insgesamt dreimal benötigen. Wunderhübsch. Naja, gut. Ähm, zumindest brauchen wir das Bade of Chaos nicht mehr machen. Das ist auch schon mal cool, gell? Wir brauchen nicht mehr in die Dämonenruin. Ja, wir nähern uns mit großen Schlitten der Platin-Trophäe, Leute. Ähm, ich gucke jetzt nochmal kurz hier zum Spielehub. 94%. Wir haben nur noch die Waffentrophäe und den Eid. Äh, der Dark Wraith Eid, den ich ja verkackt habe, weil ich auf 9 gedrückt habe im NG+. Das heißt, wir müssen halt die 4 Könige auch nochmal machen. Aber gut, mei, ist halt ein Boss mehr. Und dann haben wir's, Leute. Dann sind wir durch. Läuft. Müsste jetzt eigentlich relativ fix gehen. Vorausgesetzt, ich stelle mich jetzt wieder an mit der größte Vollhang. Gut. Wir sehen uns dann, wie gesagt, im nächsten Part. NG+. In diesem Sinne, liebe Leute, weiterhin auf jeden Fall viel Spaß mit Dark Souls. Haut rein. Danke, dass ihr da wart. Und hoffentlich bis nächstes Mal. Habe die Ehre. Ciao. Servus.